Ja, da haben wir heute am 20. August 2021 endlich mal ein Kind, was sich in dieses Auto traut. Sogar zwei Kinder gleich. Wären immer mehr, ne? Ja. Mami! Dann mal raus und dann Clara. Erst mal mich raus und dann Clara. Mh, das wird so ließ. Ja, ein Auto, was sich fährt, ist eigentlich nicht interessant, ne? Ach, wie war das? Bip, bip. Bip, bip. Hier, Clara. Ja, ich. Hier, Sie sitzen da gerade so. Können Sie nicht mal schieben? Bip, bip. Ja. Naja, nicht so ein paar Meter, nur bis oben zum Huckup. Huckup und wieder runter. Ja. Mami, mach zurück jetzt. Oh, rückwärm. Mami. Ja, guck mal mich. Ja, jetzt Klara. Tische. 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 Also, wenn jetzt wenigstens die Hupe ginge, ne? Auspuff kaputt! Ey, der Wagen war erst zum TÜV. Ist aber durchgefallen, leider. Da kann ich mal den Führerschein sehen. Hast du einen Führerschein? Hast du einen Führerschein, Schatz? Mami! Nein, sag ich, ich bin doch Kind. Ich bin doch Kind. Ja, kannst du hier gleich einen Führerschein machen. Macht sie hier einen Führerschein mit 18, kriegt sie den dann. Ja, so ist das. Deine! Deine kriegst du deine. Das habe ich nicht aufgepasst, das wird jetzt eine Katze. Eine Katze? Ja, das ist ja schon klarer Katze. Miau! Miau! So! So! Und du, Miko? Ich glaube, du kriegst einen Hund. Esel! Nee, der auch nicht lange. Esel! Esel! Na gut! Esel! 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 Komm mal rein! Ja, ne? Esel! Esel! Dasitect! Entfernung Pein! Esel!